Die Sonne scheint, ich kann wieder ein Video drehen von meinen Hasen, Meerschweinchen, alles wieder sauber gemacht, neues Heu, neues Stroh wieder, alles vernünftig. Das ist immer sauber gemacht, denn man krankt Bakterien, der pfändigt dann ein bisschen krank und das ist nicht so schön, wenn sie krank werden. Das Tier soll sich gut tun, also zusammen zu Hause. Hier ist ein Hammerhase drin, in der Höhle drin, das ist mein Hasenzimmer, mit Pflanzen, die ich auch sehr liebe. Die Pflanzen sind auch sehr schön, ich gebe mir das Gefühl, ein hohes Gefühl zu sein, die Pflanzen hier im Zimmer. Es scheint gerade die Sonne, die Hasen fühlen sich auch gut.